Ich habe jetzt zweimal drauf gezielt. Perfekt! Nicht perfekt, okay. Dann halt nicht. Und was halt nicht perfekt? Ach, deswegen hast du im letzten Level keine Fakkeln gelöscht, weil die eh alle verbackt waren. Das heißt, die verbacken sind. Oh, das geht gar nicht, Chicken. Ja, Zoom ran! Chicken braucht den Zoom. Ich bin trotzdem so hell. In der anderen Fackel? Ich bräuchte nicht mehr, die Fackel zu löschen, ganz ehrlich. Ehrlich. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Scheiß drauf. Benutze ich halt wieder keine Ausrüstung. Ist auch immer eine Challenge. No Ausrüstung ever. Jetzt hast du mich auch irgendwie gehört. Ja, Tricks. Was ist denn hier noch eingebildet? Gute Nacht. Bewusstloser Körper. Hier sind wir auch recht dunkel. Droppe ich deinen Körper einfach da. Hier. Und du darfst mit ihm kuscheln, der mich von hinten nehmen wollte. Alter, was ist das für eine Aufnahme wieder? Was ist das für eine Aufnahme-Session? Erst in der letzten Session, der hat mit den nacken, verschwitzten Männern Körper, wo sie sich aneinander reiben. Nein! Musstest du es wieder erwähnen, Chicken. Und jetzt das hier. Keine Ahnung. Sehr von Typen der Kirche. Gebämmst wird. Eigentlich kann ja sie ja die Kirche deswegen anzeigen. Hier ist dann die andere. Die Kirche. Ja, die Habariden. Hat doch eh alles was mit Kirche zu tun und so ein Müll. Und so ein Müll. Ach hey, mein Timing ist mal wieder grandios. Da kam einfach ein Hammerid um die Ecke. Ich höre noch mehr alte komische Leute reden. Einfach alles abgeschlossen ist. Wo ist jetzt dieser verdammte Schlüssel? Hab ich den weggeschlissen? Ist der zerbrochen? Oder habe ich schon alle Türen geöffnet, die mit dem Schlüssel aufschließbar sind? Cathedral Key. Ja, benutzt du den Schlüssel an dem Dokument? To whom it's my concern. I'm greatly dismayed at the growing lack of Hammer security at the Silver Street carriage house. I have seen shady characters lurking about with increasing frequency. Just yesterday I already confronted one of them myself and inquired as to his business here in Sunnyport. He simply sneered at me and suggests that I perform certain activities with myself that I assure you are anatomy-cally impossible. Yeah, genau habe ich mir das jetzt vorzustellen. Zum Beispiel, wenn die Leute sagen, fick dich ins Knie, obwohl das gar nicht geht. Weil von der Anatomie, so lange ist er nicht. Was sind das hier für Anmaßen, die wir hier wieder erreichen? Nee, nee, nee. Ich hoffe, ich... Chicken? Lass es! Hast du nicht von Steve Gold gelernt? Aus dem Level? In Konstantins Irrenhaus? Wo du das erste Mal warst. Dass du dich nicht hinter Türen stellen sollst? Hier in der Ecke? Zwischen Wand und die Bereich, wo die Tür aufgeht? Du steckst da drinnen nur fest. Du hast dich schon mal eingeschlossen. Kitchen. Hier sind mir jetzt ein bisschen zu viele Lichter. Oh, Chicken hat ein Wasserfahrt benutzt. Chicken hat ein Wasserfahrt benutzt und speichert. Sie kann es nicht mehr rückgängig machen. Jetzt hat sie wirklich mal was benutzt. Hahaha, nicht so wie im letzten Level. Hahaha, der Hass ist Rappi. Jetzt seid zufrieden mit mir. Nein, niemals. Hahaha. 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 Der eine guckt mich an, der andere nicht. Also der Hammer-Ri will mich sehen, wenn ich jetzt da reingestürmt komme. Führt ihr jetzt einen Dialog und einer von euch geht dann weg oder muss ich eine Blendgranate werfen? Ich glaube, jetzt muss er eine Blendgranate werfen. Er wird es da bestimmt nicht bemerken, oder? Was? Hat dich jetzt irgendjemand die Körper ges... Hätte ich zuerst jemand anderen? Soll ich mich zuerst um den Typen da hinten kümmern? Bevor ich die um... in der Küche? Ich verstehe es gerade nicht. Aber in Chickens ist es so scheißegal, wenn die Körper discovered werden. Du kriegst ja deswegen keinen Anschluss vom Spiel. Ja, schon. Na, na, na. Lauf schneller! Watschel, 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 watschel! Er hat an die Tür gehorcht. Deswegen hat er es mitbekommen, dass ich in der Küche die beiden Leute niedergeschlagen habe. Genau. Er hat anhand des Geräusches erkannt, dass jemand niedergeschlagen wurde. Auch wenn er überhaupt gedacht hat, hey! Das ist nicht der Zeitpunkt, um ermordet zu werden. Genau, das sage ich auch immer zu Leuten. Gerade im Sterben oder so liegen. Ey, Junge, das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, um ermordet zu werden, ne? Auf, rumzueilbern! Ist das ein Außenhof? Oder... Obwohl, da patrouilliert jemand. Dann ist das ein Außenhof der Kathedrale. Dann ist wieder die Straße. Was soll denn das eigentlich für Dinger sein? Und warum sind sie so wertvoll? Das sieht eigentlich aus wie so riesige Bleistifte. Aber Bleistifte sind doch gar nicht wertvoll, oder? Oder sollen das Flöcke sein, womit man Vampire fe-elt? Fe-elt! Na. Ist doch nicht so gut, ne? Oh! Ich würde nicht immer noch jemanden in meiner Kutte geben. Seit wann ist die Galle so ein Geheimnis? Es ist nicht so, dass du mit den Poison und Potionen bist. Natürlich nicht. Warum würde ich immer noch jemanden zu Poison? Es ist nur, dass... viele meiner Dinger sind... ...sensitiv. Ich muss immer fokussiert auf meine Erinnerung. Sensitiv? Wie, gerade vorige Woche habe ich benutzt dein Mutternloaf um den Lübchen aus einem Clog-Sewage-Tunnel. Brother Derek is said to be using yesterday's butter roll as a doorstop in his quarters. Even the rats are demanding compensation for removing the wretched scraps from the Builder's house of worship. I've been distracted by personal problems. Not to worry, friend. The dangers I face at thy table serve only to strengthen my faith in the healing mercies of the Builder. Yeah. Persönliche Probleme, deswegen vergeige ich das Kochen. Aber toll, wie dieser Dialog zwischen denen nur so getriggert wird und nicht, wenn ich da vorne gestunden hätte. Was soll denn das? Vielleicht hätte ich den Raum betreten müssen. Oh, 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 oh. Netz, Netz, Netz. Find ich nicht nett. Überhaupt nicht. Wir bauen uns einen Turm aus Hammerin. Loses a Toe. Der Typ will wirklich jemanden in den Zeh abschneiden? Da teile dich davon. Ein Kamin! Na? Wer möchte gerne Wetten abschließen? Das ist eine 50-prozentige Chance, ob da drin wieder irgend so ein geheimer Schalter sein wird. Der in einen geheimen Keller führt. Mit einem Bitte-nicht-drücken-Knopf. Ich hoffe so sehr, dass wenigstens die Mod-Ersteller so freundlich sind und das nicht eingebaut haben wie die Entwickler. Mal tief zwei. Wobei, Rappi hatte mich da schon längst vorgewarnt. Ich sehe kein geheimes Knöpfchen. Ja, wenn mir die h と etwas bin, liegt nicht